Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Deconstruct Video von mir, in dem ich immer irgendwelche Sachen auseinandernehme. Und heute werde ich mal so ein preiswertes Großmembran- Kondensatormikrofon, nennen die das alles, das werde ich jetzt mal auseinandernehmen und dann schauen wir uns mal an, was da an Elektrik drin ist und ob es wirklich ein Großmembran- Kondensatormikrofon ist. Es handelt sich in dem Fall um das Aoki GD1, glaube ich war es. Hier unten sehen wir auch den XLA-Anschluss und das Gewinde. Und diese Gehäuse sind ja alle recht ähnlich aufgebaut. Meistens ist es so, ihr habt hier unten so ein Metallteil, das kann man abdrehen. Das mache ich jetzt gerade mal. Und dann können wir das Innere oft herausziehen, manchmal. Hier in dem Fall ist es anders. Dann nehme ich jetzt mal diesen Bereich hier ab, das Metall. Darunter sehen wir dann eine Schaltung. Die ist natürlich Basis von jedem dieser Mikrofone. Da sieht man meistens irgendwelche Elemente drauf, Kondensatoren, Leitungsbahnen und so weiter. Da möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Lötstellen eben hier unten an die Kontakte im Bereich zum XLR-Stecker. Das sieht man hier unten. Eins sei gesagt, wenn ihr Mikrofone eröffnet, verliert ihr natürlich die Garantie. Und vor allem macht das nie, wenn die unter Spannung stehen. Falls ihr hier irgendwas nachmacht, macht ihr das auf eigene Gefahr. Das hat euch da immer bewusst. Also ich sage hier als Disclaimer quasi, nicht nachmachen. Jetzt haben wir noch den oberen Bereich. Und da ist es so, hier im Inneren sehen wir Schrauben. Die seht ihr hier. Und die halten das Ganze fest. Die werde ich jetzt im nächsten Schritt erstmal abschrauben. Wir sehen jetzt, löst sich das Ganze hier vom Korb. Und unter diesem Korb, der schützt die Mikrofonkapsel. Hier seht ihr die Mikrofonkapsel. Da seht ihr auch die Größe der Kapsel. Also das ist keine Großmembran-Kondensator-Mikrofon. Das kann man auch in dieser Preisklasse nicht erwarten. So eine gescheite Kapsel, sage ich mal. So eine K47. Die kostet, selbst wenn man es nicht original nimmt, um die 100 Euro aufwärts. Eine Originalkapsel noch viel, viel mehr. Da seht ihr auf jeden Fall die Kapsel. Auf diesen Kapseln solltet ihr natürlich nicht rumtippen oder so. Hier sieht man jetzt keine Membran direkt. Aber da ist in der Regel eine Membran drin. Da sollte man aber nicht drauf rumtappen. Und also auch nicht irgendwie reinigen mit den Blumpen drüber oder irgendwie sowas. Bei anderen Mikrofonen ist da nämlich meistens so eine goldene, größere Membran. Und die ist eben für den Klang quasi zuständig. Da seht ihr jetzt auf jeden Fall mal, wie das jetzt hier aussieht. Dann haben wir hier noch den Korb. Das ist der Korb. Und im Inneren seht ihr zum Beispiel Schaumstoff. Das ist quasi so ein, ich sag mal, Schutz vor Poplauten, außerdem auch vor, wenn es eine relativ feuchte Aussprache hat. Da ist in diesem Korb eben so ein Schaumstoffstück drin. Das sind eben so die Komponenten, sage ich jetzt mal. Wenn jetzt jemand zum Beispiel hingeht und das mache ich vielleicht irgendwann und kauft sich jetzt ein preisgünstigeres Mikrofon, Beispiel diese MXL 990, also 990 Mikrofone oder zum Beispiel ein Behringer B2. Da kann man diese Kapseln hier austauschen und eine bessere reinlöten, wenn man das natürlich kann. Das muss man natürlich auch können. Das sei natürlich auch gesagt. Wie gesagt, ihr verlebt die Garantie und das sollte nur jemand machen, der sich das auch zutraut. Das werde ich vielleicht irgendwann mal machen. Ich habe vor mir demnächst ein Behringer B2 zu kaufen. Einfach mal ausprobieren. Und eines meiner anderen Mikrofone werde ich dann wieder veräußern. Und dann kaufe ich mir ein B2 gebraucht. Also deswegen jetzt auch mal hier das auseinandernehmen, damit ihr das mal gesehen habt. Falls euch das mal interessiert, was steckt da drin in so einem Mikrofon? Wie ist das aufgebaut? Das habt ihr jetzt hier mal gesehen. Das war ein simples Deconstruct-Video. Also wir haben eben den Korb, Mikrofon, Kapsel, Schaltung und so leicht ist das auch schon auseinandergeschraubt. Ihr seht, das ist kein Hexenwerk. Da ist jetzt auch nicht extrem viel Elektronik drin. Das komplizierteste bei diesem Mikrofon ist diese Schaltung, würde ich mal sagen. Das war jetzt wieder ein weiteres Deconstruct-Video. Für alle, die es mal interessiert, wie sieht es eigentlich in so einem Ding im Inneren aus? Wie gesagt, ihr verlebt die Garantie, wenn ihr das öffnet. Das war auf jeden Fall ein kleines weiteres Video von mir. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Und das war es auf jeden Fall von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video.